ah diesmal hat nämlich wirklich alter schwede aber ein bisschen unklug glaube ich mit der muni aber gut hier gibt es wieder ein bisschen was was hier denn ich habe nicht genug platz nicht verarschen das ist ja gar nicht so schlimm so das können wir glaube ich eine tonne hauen ich glaube jetzt auch dann nehmen wir erstmal wieder das psychotonikum geil dass ich das jetzt ausgegangen ist doch so stöcke marsch überläuft also wenn es um ein leben gehen würde würde ich schneller laufen die speichern einfach mal wieder nur weil es was zum speichern gibt mit telezoom ja genau ja ein 3 mm sportpisser So. Sieht aus wie eine Tür, ne? So eine Hidden Door. Oh, das sind die... Nicht den Ernst. Die leben noch? Mal gucken, ob es hier was gibt. Nein, gibt es nicht. Wo ich hier was... Ne, war ich noch nicht. Er ist hübscher von euch beiden. Wen rette ich jetzt? Zoe natürlich. Oh, die Hübscher. Na, Kiste, ja? Das ist blöd. Zoe steckt bestimmt unter einer Decke mit denen. Das ist doch... It's a trap. Ach so, wir haben jetzt mal hier noch eine flüssige Komponente. Leben. Leben ist immer gut. Leben. Schießpulver wieder reinhauen erst mal. Psychotonicum. Und dann... die Serie. Die Serie. Da. So. Zoe, Schätzelein. Schkommel. Warum ist das nicht Dark Souls? Hallo? Was macht er jetzt damit? Ich kann nicht auf sie ziehen. Ich kann nicht auf sie ziehen. Es war ein, was weiß ich auch nicht. Hey! Ich kann eine. Das ist ein Gott. H problem ist! Oh! Ich und meine Aiming ey, ich f*** die scheiße Kotz mich ruhig an Macker, nicht witzig Okay, that's not good Lauf, Lauf I wanna kill you, damn Mia You chuckle your blood before I don't excuse And then, it's Mia I don't know I don't know Fuck man! Komm, 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 komm. Loveboy. Stimmt, ich bin ein bisschen blöder, oder? So will man, that will die. I'm bleeding. BASS! I'm gonna keep doing this shit. Chuck on your blood, or I'll come in through. Take that bitch, wait up! Ah! Kill you! I'm Mia! Come here, boy! You think I'll just just... Let's do it! Oh, damn! Das war blöd! Objekte, warum klicke ich das jetzt eigentlich an? Oh, okay! 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 Das ist ein Potato-Aim! Wie ist das denn das? Sohn, get your land back to the house. I will deal with you later. Is that enough? Too dark for me. I am playing against you with my own pride. This is getting old, Jack. I might kill you and beat up. What's going on? Tell me, Jack. Nein! Das ist so little! Nachbar! TIE! Ich will doch, ich will doch... So, oh! Du kannst auf deinen Blattbewerb, oder? Du kannst auf deinen Blattbewerb, oder? Du kannst auf deinen Blattbewerb, oder? Ich bin so... Ich bin so... Es ist mir! Was ist das? Schau mal nicht Ich weiß doch gar nicht mehr, wo der Augen jetzt hat Ich treff ihn gerade nicht Woah 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 Fuck Fuck Was ist denn jetzt nach oben? Nein Ha 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 Obwohl wir dich Was ist das? 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 Ha 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja lauf doch hoch So Okay Ich muss weglaufen oder was? Ich bin der Ich bin der Ich bin der Ich bin der Oh! Ich werde das nicht mehr sehen. Jetzt habe ich auch keine Muni mehr. ETHAN, hierher. Das ist nicht so, was du? Use the serum on him! Du willst mir ihn治? Ja. Du bist okay? Ja. Komm, Mia ist wundern. Ja. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Okay. Ja, wen gehen wir denn eins, hä? Ich stehe ja so eher auf kurze Haare. Dementsprechend würde jetzt Zoe sagen, oder? Oder der Ursprung, weswegen wir hierher gekommen sind. Nimm beide, ja. Ja. Würde ich ja gerne, kann ich aber nicht. Ja, ne, auf die Kurzzeit gekommen. Boah, du geile Sau. Ha! Ich bin sorry, ich bin wirklich. Aber Zoe wirdsöne beutelung den beiden uns zur Sicherheit. Und dann kann ich zurück nach dir. Es geht. Ich will nicht hören, beide Sie einfach gehen. Gehen! Gehen! Meine chỗ ist hier. Mit ihr. Nicht schrecklich. Sie vergessen. Ich habe noch ein Job zu tun. No, Zoe wird sicher sein. wir haben mehr oder aus den herrn hat deswegen sagen alle sowieso sowieso thank you Ich kann nicht glauben, dass du mich wählst. Mia ist jetzt nicht gut für jemanden. Aber wir können es hier ausziehen. Wo so? Ich will wissen, was das alles ist. Erst mit Mia. Mia kam hier mit Evelyn. Das ist wie es angefangen hat. Evelyn. Das Kind. Ich wusste, dass Mia etwas schützt. Das. Das ist das Boot, das Mia mit Evelyn kam. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh. No! No! Evie! Please! Evie! Zoe? Zoe? Zoe! What the fuck?! Oh, Fuck! Oh! 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 This way! Oh! 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 Ich spiel jetzt aber nicht Zoe, oder? Nein, ich spiel doch jetzt keine Frau. Schnell, ich spiel ein bisschen. Gut. Ist das nicht Zoe, oder ist es Mia? Mia, ist das? Ethan! Ethan! Ja, Rollentausch hier, ne? Apropos Rolle, wer ist denn Dschungelkönig geworden? Oder läuft das immer noch? Mia ist Dschungelkönig geworden. Mark Terencey? Wow. Dann kriegt er mal wieder einen Job. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Peter zuerst antwortet. Ja, also ich muss ehrlich gestehen, mir gefällt dieses Setting jetzt nicht so. Äh, in diesem Boot. Ich weiß nicht. Aber vielleicht urteile ich auch zu schnell. Was war das? Ja, also, weil immer, Thomas redet auf der Arbeit auch nichts anderes, ja, als über Dschungelcamp, also. Er ist ein Riesenfan von dieser Transe, die auch mit dem Finale war. Oh. Genau. Mir hat's nackt auf, tot. Echt. Ich meine, der war doch früher in den Shards und so ein Quatsch, ne? Und jetzt auf einmal hat er keine Kohle mehr, dass er in Dschungelcamp gehen muss, also. Naja. Immer seine. Dann gewinnt der Lappen auch noch. Oh, da ist ein Faktionsspray. Sie sind tot. Sie sind tot. Was ist das? Die Injury-Rolle. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben alle. Fuck. Was ist das? Wir brauchen ein paar Weapons. Ist da noch Weapons auf dem Schiff? Ich weiß nicht, aber... Wir gehen hierher. Vielleicht können wir hierher. Genau, deswegen kriegt ihr auch zahllose Kinder jetzt mittlerweile. Oh, eine dicke Münze. Zack. Und er lädt. Irgendwas kommt doch hier. Wir haben ja gar keine Waffen. Giovanni Finetti. Erster Offizier. Deswegen ist das Schiff auch runtergegangen. Gerald Waddel. Gerald spielt auch mit. Boah. Macker, ey. Man muss sich vor etwas versteckt haben. Vor mir vielleicht, ja. Oh, da muss ich kotzen. Oh, jetzt schön hinlegen und noch eine Runde schlafen, oder? Geiles Ambiente hier. Schöner Ausblick. Oder hier. Wow. Hello, Cindy. Hey, wir denken. What? What are you? Haha. 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 Wird hier jetzt ja noch mal richtig spannend, wa? Kommt das Mädchen noch dazu? Übrigens, wer noch kein Follower ist, bitte followen und schaut euch mal den YouTube-Channel an. Wie gesagt, darf gerne geliked werden, geteilt und auch abonniert, weil der Mars gilt auch für dich. Wie gesagt, wir können eine Familie sein, was du sagst? Was hast du gesagt? Du sagst! Warte! Ich bin so leid von der Warte. Okay Wir können mit einer Münze schmeißen Ansonsten mit einer seltsamen Flasche Wer ist für ersteres? Kann nicht mal hier was kaputt machen I need a weapon Oh, was habe ich da angezahlt? Oh, Mocker, ey Oh, Mocker Kann ich damit schlagen? Nein, kann ich nicht Hauptsache ich habe Maschinengewehrmunition Aber wo ist jemand Genau, so sieht das aus, Alter, mal Sag mir mal lieber, wo ich die Maschinenpistole finde Überall sind Monster Und ich, da habe ich irgendwas übersehen Cool Und jetzt Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss Und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss Und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss Eine Pistole Ich werde bekloppt mit zwei Schuss Die wollen verarschen, oder? Was wollen wir denn jetzt zwei Schuss nützen? Aber man kann speichern Hauptsache man kann speichern Speichern, speichern, speichern Okay Bitte Ich bin